So überglücklich sahen sie nicht aus. Dabei hatten sie Außergewöhnliches geleistet. Erstmals nach gut 78 Jahren gewinnt eine deutsche Nationalmannschaft in Frankreich 2 zu 1 in Paris. Die Historie ist jetzt für uns nicht so wichtig. Außerdem können wir nichts dafür, dass wir so lange nicht gewonnen haben. Ja doch, letztes Jahr schon, da haben wir auch verloren. Für uns ist auch bewusst, wir sind uns bewusst, dass es auch nur ein Testspiel war, aber wir haben einfach eine gute Leistung gezeigt. Dann können die Leute draußen wieder beruhigt sein, dass beim DFB nicht alles schlecht ist. Balsam für das zuletzt kritisierte Nationalteam. Hohes Tempo, hohes Niveau. Trotz zahlreicher Absagen eine starke Leistung in einem Freundschaftsspiel. Frankreich, Deutschland, das hat der Trainer immer wieder betont, auch kein normales Länderspiel oder kein normales Testspiel. Da ist schon sehr, sehr viel Prestige dabei. Keiner will verlieren. Und gerade hier heute in Paris vor 80.000 Zuschauern in diesem tollen Stadion wollten wir unbedingt gewinnen. Und das haben wir in der Halbzeit auch nochmal gesagt und haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir verlieren heute hier nicht. Überbewerten wollte den Erfolg jedoch keiner. Ich glaube, das war heute ein tolles Prestigedoyle und mit einem besseren Ausgang für uns, obwohl Frankreich auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber ich denke, dass das 2 zu 1 wichtig war, auch für uns, für unser Selbstvertrauen, dass wir wissen, dass wir auch solche Gegner dominieren können. Ich glaube, immer nach einem Spiel so viele Dinge festzumachen und die dann für die Allgemeinheit für gültig zu erklären, ist nicht meine Sache. Also es war heute ein schönes Spiel, es war ein guter Start. Aber ich glaube, wir sollten den Katastrophen nicht besiegen, werden wir für das Spiel relativ wenig noch Lob bekommen. Heute haben wir ein Spiel gewonnen, das nicht leicht zu gewinnen war. Deswegen ist es mal wieder ein Ausrufezeichen, aber wir haben heute keinen Titel gewonnen.